Die fahren nach Hause, obwohl es in Stuttgart ab heute doch so richtig rund geht. Wer den Jahrmarkt liebt und in Bierzeltlaune kommen will, der muss jetzt nicht mehr nach München fahren. Das Cannstatter Volksfest ist eröffnet. Na, was glauben Sie wohl? Wie viele Schläge hat er gebraucht? Der erste war schon mal nix. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper, eigentlich Profi, jetzt aber haarscharf am Bier vorbei. Im letzten Jahr hat er nur zwei Schläge gebraucht. Dieses Jahr lief es nicht so recht. Jetzt aber noch mal alles geben, Herr Nopper. Nummer vier sitzt. Das Bier läuft, die Menge tobt, der Oberbürgermeister glücklich. Ab jetzt kann 17 Tage lang auf dem Vasen gefeiert werden. Das Fassanstich-Bier war noch umsonst. Ab jetzt kostet die Maß um die 14 Euro. Von Politiker über den schillernden Modezar bis zum Ex-Fußball-Profi beim Vasen kommen so ziemlich alle auf ihre Kosten.